Jetzt sehen wir, dass wir sowieso nicht mehr schicken. Wir kommen mit dem R3 raus. Wir haben ein kleines Motto mit dem Kieber, die noch nicht schritten. Wir anbauen können uns nicht. Aber heute wird um 2.0. Soll ich mich jetzt nicht mehr zu fahren? Wir haben einen Stahl und Gas zu üben. Wir haben einen Stahl und Gas zu üben. Wir haben einen Stahl und Gas zu üben. Immer nur. VORETTE! Erst mal ein bisschen mal. Die Kühle und die Wurstbrotten. Ja? Ja? Nein, nein, nein! Wir haben einen Stahl! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.